In unserer Exale-Media-Haftpflicht haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Fremdschäden abzusichern, sondern Sie in einigen Bereichen auch Eigenschäden abzusichern. Ein Beispiel dafür ist der Baustein Rücktritt des Auftraggebers vom Projekt. Hier können Sie zum Beispiel entgangene Honorare absichern, wenn Ihr Auftraggeber berechtigt außerordentlich den Werkvertrag kündigt, Sie dadurch eben entgangene Honorare haben bzw. auch Vorschüsse zurückzahlen müssen, dann können Sie diese über diesen Baustein Rücktritt des Auftraggebers vom Projekt absichern.